In diesem Tutorial würde ich gerne mit dir über das Thema Reverse Charge Rechnung sprechen. Eine Reverse Charge Rechnung kann dir dabei helfen, nicht in anderen Ländern umsatzsteuerpflichtig zu werden. Es ist eine Hilfestellung innerhalb der Europäischen Union und wenigen anderen Gebieten, wo sich die Umsatzsteuerschuld umkehrt. Und wie man genau so eine Reverse Charge Rechnung erstellt, das möchte ich dir hier in diesem Tutorial zeigen. Aber was genau ist denn überhaupt dieser Mechanismus? Was ist denn dieses Reverse Charge Verfahren? Ich habe dazu mal eine kleine Definition mir ausgedacht. Die Definition ist die folgende, nämlich es ist eine umsatzsteuerliche Regelung, bei der die Umsatzsteuerschuld umgekehrt wird. Das heißt, nicht mehr praktisch der leistende Unternehmer, sondern der Kunde muss die Umsatzsteuer abführen. Das ist natürlich nur möglich, wenn es sich in beiden Fällen halt um einen Unternehmer handelt. Das heißt, es wäre jetzt zum Beispiel nicht möglich, Reverse Charge, eine Rechnung an eine Person auszustellen, die halt eine Privatperson ist und kein Unternehmer ist. Das heißt, es handelt sich hierbei wirklich um ein Geschäft von Unternehmer zu Unternehmer. Dann natürlich die Frage, wo genau kann man denn überhaupt dieses Verfahren anwenden? Dieses Verfahren kann man eigentlich nur in der Europäischen Union anwenden. Bitte hier nochmal und grundsätzlich bei diesem Thema euren Steuerberater fragen. Aber soweit ich persönlich weiß, kannst du, wie gesagt, dieses Verfahren nur innerhalb der Europäischen Union anwenden. Andere Länder haben ein ähnliches System. Da ist das Ganze dann nicht betitelt mit dem Namen Reverse Charge, sondern möglicherweise halt mit einem anderen Namen betitelt. Es gibt ähnliche Systeme noch, aber wie gesagt, die befinden sich dann außerhalb der Europäischen Union, wo dann dennoch halt die Umsatzsteuerschuld umgekehrt wird. Aber wie gesagt, da einfach nochmal nachschauen im Gängenfalle, denke ich mal, dass du, wenn du außerhalb der Europäischen Union verkaufst, sehr schnell in vielen Ländern umsatzsteuerpflichtig wirst. Wenn du innerhalb der Europäischen Union halt an einen anderen Unternehmer verkaufst, dann wie gesagt, ist es hier, denke ich mal, sehr, sehr sinnvoll zu sagen, okay, ich stelle eine andere Person eine Reverse Charge Rechnung aus. Dann natürlich aber die Frage, wie? Wie erstellt man denn überhaupt so eine Reverse Charge Rechnung? Zuallererst schon mal als Faustregel kannst du dir Folgendes merken, nämlich nur der Nettobetrag muss auf die Rechnung drauf. Das heißt, man führt keine Umsatzsteuer auf der Rechnung auf. Ob das nun eine 19-prozentige Umsatzsteuer ist oder eine 7-prozentige Umsatzsteuer oder die Umsatzsteuer im Land zum Beispiel von deinem Kunden, sei es nun eine 20-prozentige, 21-prozentige oder was auch immer Umsatzsteuer, es kommt keine Umsatzsteuer drauf. Das heißt, du schreibst einfach nur drauf, praktisch zum Beispiel, nehmen wir mal an, du verkaufst jetzt eine Stunde Beratung für 100 Euro, würdest du halt sagen, okay, das ist halt eine Beratung, die Beratung hat 100 Euro gekostet und das war's, da kommt keine weitere Umsatzsteuer drauf. Wichtig ist, wenn du so eine Rechnung erstellst, dass du halt die Umsatzsteuer-ID von deinem Kunden, der Unternehmer ist, auf die Rechnung drauf tust. Da ist es auch nochmal wichtig, einfach zu überprüfen, ob denn überhaupt diese Umsatzsteuer-ID existiert, weil es kann natürlich jede Person einfach irgendeine ID geben und sagen, ja, ja, das ist meine. Also musst einfach mal schauen, ob diese ID tatsächlich existiert. Das kann man auch gerne vom Steuerberater machen lassen, wenn man es selbst nicht machen möchte. Und sonst ist nochmal ganz wichtig, dass halt auf deine Reverse-Charge-Rechnung auch folgender Satz draufkommt, nämlich Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers in Klammern Reverse-Charge. Leistungsempfänger ist Steuerschuldner gemäß Artikel 44 und 196 der Mehrwertsteuerrichtlinie 2006-112EG. Das ist halt wichtig, dass sowas draufkommt. Bitte sprech nochmal mit deinem Steuerberater, bevor du Reverse-Charge-Rechnung ausstellst. Wenn du übrigens ein Tool brauchst, um Reverse-Charge-Rechnung auszustellen, dann kann ich dir auf jeden Fall nur das Tool Cevdesk empfehlen. Cevdesk ist zum Beispiel auch das Tool, das ich verwende, um meine Rechnung zu erstellen. Und ich kenne im Echtzeit keine Software, mit der das einfacher geht, mit der es professioneller und schneller geht als Cevdesk. Deswegen kann ich dir diese Software auch wirklich nur empfehlen. Schau einfach mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu Cevdesk. Ist wie gesagt ein tolles Produkt. Ich persönlich benutze es auch. Und wenn du wie gesagt Erstgründer bist oder einfach deine Buchhaltung optimieren möchtest, dann ist das das beste Tool, das ich kenne. Aber gut, das war es nun hier für dieses Tutorial. Vielen, vielen Dank, dass du es dir angeschaut hast. Und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.